denn sie wissen nicht was sie tun was haben sie getan sie haben gegründet Jan Kuhm wuchs in der Sowjetunion ohne Telefon auf ihre Idee war es eine kostenlose kommunikation für alle zu schaffen ohne werbung ohne spiele und ohne schnickschnack von dem großen erfolg von whatsapp waren sie sehr überrascht weltweit wurde ihre app genutzt nun wurde whatsapp auch für andere interessant unter anderem für max sackerberg der schließlich whatsapp kaufte damit stieß er auf die grundsätze von whatsapp keine werbung keine spiele kein schnickschnack was interessiert max sackerberg von facebook an whatsapp es sind die daten der menschen die es nutzen warum stört es niemanden bei whatsapp mit seinen persönlichen daten zu zahlen bisher gibt es keine werbung eine sehr hohe nutzerzahl keine spiele kein schnickschnack insgesamt ist das bedürfnis nach kommunikation viel höher als es die bedenken sind sei dir bewusst dass whatsapp vor allem an deinen persönlichen kontaktdaten interessiert ist die moral von der geschichte nichts bei whatsapp ist kostenlos außer der kommunikation und die kostet deine daten die Untertitelung des ZDF, 2020